Hallo zusammen, ich bin Jonas beim dritten Lehrer als Zimmermann EFZ bei der Holzbautechnik Burkh AG hier in Saarne. Und ich bin Mauro Burdi, Lehrer als Zimmermann und bin im ersten Lehrjahr. Heute wollen wir euch den Berufsalltag und die Tätigkeit eines Zimmermanns zeigen. Kommt doch mal mit uns. In der Werkstatt produziert man aus verschiedenen Materialien, Elementen und Bauteilen. Auf der Busch montieren wir die vorgefertigten Elemente am Bauwerk. Hier ist ganz besonders die Teamarbeit gefragt. Zum Schluss bringen wir die innere wie auch die äussere Verkleidung an, wie zum Beispiel die Fassadenschalung. Mir gefällt an meinem Beruf das Teamarbeiten, den natürlichen Baustoffen, also natürlich mit Holz zu arbeiten und vor allem das Dinnen und draussen sein, in der Werkstatt zu arbeiten und auf der Bauerstelle. Bei der Holzbautechnik Burkh AG gefällt mir sehr die Grösse und die Infrastruktur des Betriebs, die gelebte Kameradschaft, wie auch die vielfältige und abwechslungsreiche Arbeit. Ich bin André Wallima. Ich bin zuständig für die Lehrlingsausbildung hier bei der Firma Holzbautechnik Burkh. Wir bilden uns Zimmermann aus. Das ist eine sehr gute Grundausbildung für das Leben. Man hat auch gute Aufstiegsmöglichkeiten. Man kann Weiterbildung machen zum Holzbauvorarbeiter, Holzbaupolier, Techniker oder sogar Holzbauingenieur. Also dann komm doch zu uns und lehre diesen schönen Beruf. Das ist ein ganz guter Grundstein für dein ganzes Leben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.